Die Geissens sind in ihrer Reality-Show immer für Drama zu haben. Diesmal ist die Jet-Set-Familie auf Sardinien unterwegs. Dabei geht es für Robert, Carmen und ihre beiden Töchter, Shania und Davina, nach einer teuren Weinprobe auf Shopping-Tour. Von familiärer Harmonie fehlt allerdings jede Spur. Insbesondere Carmen und die 17-jährige Davina geraten während des Bummels durch Luxusläden immer wieder aneinander. Carmens Sparfuchs-Mentalität findet Davina mehr als peinlich. Und als der Teenie dann ein paar Ohrringe entdeckt, die er unbedingt haben will, verweigert seine Mutter, ihre Kreditkarte dafür rauszurücken. Davina bezahlt den Schmuck mit ihrem eigenen Taschengeld. Trotzdem ist Mama Carmen entsetzt, als sie den Preis der Ohrringe hört. 270 Euro sollen die schicken Ohrstecker gekostet haben. Ich schwöre es dir, du kriegst niemals mehr Taschengeld. Sag mal, hast du den Arsch auf? Schimpft die Millionärsgattin. Ein ganz normaler Familienzuff bei den Geissens eben.